Benedikt von Bayern kommt auch von den Voralpen und wir katholisch sind, deswegen sind wir gekommen. Weil es eine Ehre war, dass der Papst aus Bayern war und quasi einer von uns. Wir waren stolz, dass der Papst aus Bavaria war, er war einer von uns. Und jetzt kommen wir zu ihm, zu sagen. Und jetzt kommen wir zu ihm, zu ihm, zu ihm, zu ihm, zu ihm, zu ihm, zu ihm. Und jetzt kommen wir zu ihm, zu ihm, zu ihm, zu ihm. Und jetzt kommen wir zu ihm, zu ihm, zu ihm. Und jetzt kommen wir zu ihm, zu ihm, zu ihm, zu ihm, zu ihm, zu ihm. Ich habe es sehr bewegend gefunden, ihn da liegen zu sehen. Und auch, dass er offen aufgebahrt war. Also, dass wir ihn sehen konnten, war sehr bewegend und hat mich schon begriffen. Ergreifend, ja. Ja, es war ergreifend, ihn offen aufgebahrt zu sehen. Damit hatten wir gar nicht gerechnet. Also, in Deutschland ist es normal immer mit Sarg. Und man kann den Verstorben nicht mehr sehen. Und so war es schon sehr besonders.